Wir sind in Bodenheim. Das ist bei Mainz. Neben mir steht der... Hi, Michael. Und wir haben hier was ganz tolles vor heute. Ich lasse euch mal überraschen. Hier kommen ein paar Gäste heute und mal schauen, was es hier so gibt. Ciao. Moin. 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 Was machst denn du hier? Wer bist denn du? Rolf. Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, hier gibt es Bier. So langsam kommen auch immer mehr Piloten. Hier haben wir zum Beispiel einen neuen Piloten, das ist der? Benni. FPV Power. Hi, Leute. So, so langsam fühlt sich die Halle und die Gäste aus Holland sind auch schon da. Hallo, wer bist du denn? Wie heißt du denn? Ich bin Metal Danny. Und was machst du hier? Ich komme ein bisschen GPS fliegen hier. Sogar. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.